Hallo und herzlich Willkommen zu Learn German with Falk, deinem Beginner-Podcast. Episode 21 Fußball Fußball ist in Deutschland die populärste Sportart. Fast alle Jungen und heutzutage auch viele Mädchen spielen gerne Fußball. Jede Schule in Deutschland hat einen Fußballplatz. Zumindest einen kleinen Fußballplatz. Nicht nur in den Schulen, sondern auch freie öffentliche Plätze kann man in Deutschland überall finden. Es gibt viele Fußballplätze. Früher, als ich kleiner war, bin ich regelmäßig oder fast jeden Tag Fußballspielen gegangen. Im Sommer habe ich viel, viel Fußball im Garten meiner Eltern gespielt. In Deutschland gibt es viele Fußballvereine. Vereine, das sind Clubs. Als ich sechs Jahre alt war, bin ich auch in einen Fußballverein eingetreten. Ich hatte zweimal pro Woche Fußballtraining. Und am Wochenende hatte ich ein Spiel oder ein Turnier. Die Deutschen lieben auch Fußball im Fernsehen zu schauen. Am Wochenende kommt die Bundesliga im Fernsehen. Die Bundesliga, das ist die höchste deutsche Fußballliga. Vielleicht kennst du ein paar deutsche Fußballmannschaften. Zum Beispiel FC Bayern München. Das ist die beste deutsche Fußballmannschaft. Früher habe ich jedes Wochenende mit meinem Vater und meinem Bruder Fußball geschaut. Jetzt schaue ich nicht mehr jedes Wochenende Fußball. Manchmal, wenn ich Zeit habe, schaue ich aber noch. Dieses Jahr gab es auch die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Hast du die Weltmeisterschaft geschaut? Deutschland war dieses Jahr leider nicht so gut. Deutschland wurde 1954 das erste Mal Fußball-Weltmeister. Wusstest du das? Fußball ist in Deutschland Teil der Kultur. Man trifft sich zusammen mit Freunden und der Familie und schaut Fußball. Fußball. Es gibt auch viele Menschen, die gerne ins Stadion gehen. Ich persönlich gehe nicht so gerne ins Stadion. Ich schaue Fußball lieber im Fernsehen. Wie schaust du am liebsten Fußball? Hast du eine Lieblingsfußballmannschaft? Wenn ja, welche? Schreibe es mir bitte in die Kommentare. Neue Vokabeln. Heutzutage. These days. Fußballplatz. Football Pitch. Nicht nur, sondern auch. Not only, but also. überall. Überall. Everywhere. Regelmäßig. Regularly. Verein. Club. Eintreten. To join. Als ich sechs Jahre alt war, bin ich auch in einen Fußballverein eingetreten. zwei Mal pro Woche. Two times per week. Tournament. Fernsehen. TV. Fußballmannschaften. Football Teams. Weltmeisterschaft. World Cup. Heute haben wir über das Thema Fußball gesprochen. Spielst du viel Fußball oder schaust du lieber Fußball? Vielen Dank fürs Zuhören. Thank you so much for listening. I hope you enjoyed that episode. If so, please don't forget to give it a thumbs up, subscribe to my channel for more Slow German Podcast Episodes. Tschüss und bis zum nächsten Mal.